Hallo Leute, willkommen bei Nachtproduktion Gaming. Heute eine neue Folge von Dragon Quest Baldur, wo sich mein Frauchen heute noch durch die Welt durchschlägt. Mal schauen, wie weit mein Frauchen heute kommt. Vielleicht wird das heute auch eine etwas längere Folge. Ich hoffe, ihr genießt das Spiel, lehnt euch zurück und genießt das Video. Und ich sag hier schon mal, wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, um nicht zu verpassen. Und genießt jetzt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, 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 Das war's für heute,